Einen wunderschönen da bin ich euch schon wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Lasermachen hier. So, noch ein bisschen leiser. Bei mir ist das gerade ein bisschen laut. So. Das soll ein Puzzle-Spiel sein. Ich bin mal sehr gespannt. So einen Manga-Style seht ihr ja schon. So. Sound-Effekte lassen wir hoch. Master-Wallem lassen wir auch hoch. Aha. Fotografie. Also da kannst du doch mehr. Weil ich habe auch im PSN nur gesehen. Start. Da war nur Manga. Anime. Manga-Puzzle. Also das ist die Slideshow hier nebenher läuft. So machen wir mal ein New Puzzle. Expert. Normal. Ah, die können wir auswählen. Ach du heilige Scheiße. Irgendwas einfacheres. Mit viel Himmel. Mauern. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Ob wir das hinkriegen. Ah. jetzt werden wir versuchen das wahrscheinlich das ist auch geil wir nehmen einfach das hier beim normalen Schwierigkeitsgrad da das ach da kann man so ja die Größe der Teile bestimmt ist es gut hätte das falsch hier ist richtig ne hier muss es denn Huh? Ah. Ah. Coole Sache. Eine Gold Trophäe. Noch eine Gold Trophäe. Jetzt müssen wir mal gucken, hat das vielleicht sogar Platin? Das hat sogar Platin. Und so wie das aussieht, braucht man nur... Drei Puzzle. Also wenn wir drei Puzzle machen, kriegen wir auch eine Trophäe. 252 Puzzleteile. 25 Puzzles. Oh, 252 in einer Stunde. Uah. Uah. So, New Puzzle. Normal. Warte mal, was haben wir denn bei Experte? Wenn wir hier Experte nehmen. Okay. Ach du Scheiße. Puh. 500 neue Teile. Okay. Wir nehmen jetzt einfach mal nochmal 28 Teile. Sollen wir mal Stufe Experte genommen. Warum? Weil das ist eigentlich ganz easy. Weil ihr seht ja, dass man sich eigentlich nicht verdrücken kann. Ja, die werden automatisch dahin gelegt, wo man sie braucht. Ach Quatsch, hingelegt. Ähm. Die werden bestätigt. Man kann die auch jetzt hier nicht drehen oder so. Die sind automatisch schon in dem... Ach hier. Ne. Ach hier unten. Wo sie sein sollen. Und man kann halt nur... Ist denn jetzt hier noch eins mit da? Und wenn es jetzt hier nicht passt. Hört ihr das? Dann passiert das. Wir können uns jetzt auch das komplette schon mal anzeigen lassen. Habe ich gerade festgestellt. Ist er eigentlich nur da oben? Ne, da. Ich hoffe ihr hört das. Und... Also bei 200 Nova-Teilen dauert es dann natürlich dementsprechend lange. Hier. Also bei... Da passiert jetzt gar nichts. Wir nehmen mal jetzt noch so ein 3D Puzzle mit 28 Teilen. Gucken ob es da denn eine Trophäe gibt. Weil da stand ja was mit 3D. Es dann auch die Trophäe gibt. Untertitelung. BR 2018 Das war aber ein bisschen sehr verpeilt hier. Achso, hier war ja auch noch was. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier so viel... Oh, da. Dass hier Dinger vorgegeben sind. Dass man nicht sagen kann, ich möchte ein eigenes Bild. Sagen wir einfach mal 500 neue Teile. Alter Schalter. Oh, fuck. Ja, man kann hier eigentlich alle durchtesten. Ja, eins passt dann immer irgendwo. Und so kriegt man das dann halt in einer Stunde hin. Müsste habe ich beeilen. Einfach immer wieder... Also kann man sich denn vielleicht doch schnell Platin holen. Ihr könnt euch das auch mit Viereck wieder anzeigen lassen. Was haben wir denn jetzt für ein Puzzleteil? Äh, eins sieht aus wie bei einer Zündschnur. Äh, das ist da unten. Ach, seht ihr? Ihr braucht eigentlich auch nur... Immer nur X drücken. Seht ihr das? Gucken wir mal, wie so funktioniert. Es kann nur hier oben sein. Gut, dann haut das nicht hin. Ne, hell, wenn's dunkler. Ne, hell, wenn's dunkler. Ne, das kann nur hier unten sein. Gut, das klappt wohl doch nicht. Doch, es klappt. Aber ja. Mann. Machen wir noch ein 28-Teil-Anime-Puzzle. Gucken, ob's da noch eine Trophäe gibt. Ne, hier oben. Hä? Hatte ich doch eben. Ne, hier unten. Ne, jetzt. Habe ich nicht mal geerafft, dass da ein Wandteil ist. Habe ich nicht mal geerafft, dass da ein Wandteil ist. Habe ich nicht mal geerafft, dass da ein Wandteil ist. Ach, Gott, das war nicht mal geerfft, dass da eine Wandteil ist. Ja, ich bin ein Wandteil. Das ist toll. Vielen Dank. Ach Quatsch, ist wieder eine Ecke, habe ich nicht mitgesehen. Ja, jetzt machen wir noch. Gucken nochmal, ob man da an Trophäen bekommen kann, ob wir uns da vielleicht noch holen können. Wir haben jetzt schon 36%. 256 Teile, komplett 25. Okay, 25 Puzzle, kriegt man hin. 252 unter einer Stunde. Rotation. Komplett 60 Puzzle in 4 Minuten, ach du Scheiße, 120, in 10 Minuten, 112 Stück. 60, 112, guck mal wie groß 112 ist, nur schnell. Ja, da sehe ich auch mehr durch. Das wäre noch machbar. Ja doch, das ist noch machbar. Aber egal. Nein, nicht Return, Save, Save and Exit. So, das soll es jetzt zu dem kleinen, müdlichen Puzzle-Spiel gewesen sein. Wie gesagt, wenn man da jetzt noch seine eigenen hochladen könnte, also seine eigenen Bilder nehmen könnte, das wäre richtig geil. Aber so, es sind echt viele Bilder drin. Manga, Anime, Manga-Animes, Natur, Fantasy und, 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 und. Also, da sollte für jeden eigentlich was mit bei sein. 200 noch was Teile, muss ich sagen, ist mir jetzt in dem Augenblick erstmal zu viel. Da sehe ich, ich sehe ja nicht kaum noch die Umrandung von den einzelnen Puzzleteilen. Aber das liegt doch daran, dass ich ein bisschen K.O. bin. Müsste ich nochmal an einem ruhigen Tag versuchen. Vielleicht kriege ich es dann auch besser hin. Aber so, 100 noch was Teile, das sah ganz gut aus, das werde ich dann vielleicht auch noch demnächst mal machen. Einfach 112 Puzzleteile, mal gucken. Wenn das euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich würde mich dann hier auch verabschieden. Wir sehen uns in einem der nächsten Livestreams, Videos oder was auch immer wieder. Checkt auch mal gerne meine anderen Kanäle aus. Links in der Videobeschreibung, also Twitch und Telegram. Da habe ich einen Newskanal, da werdet ihr immer mit News auf dem Laufenden gehalten. Und einen Chat, wo ihr halt mit mir und mit den anderen schreiben könnt. Ich bin dann jetzt mal weg. Wie gesagt, Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einem Livestream oder Video. Bis dahin, Ahoi. Das ist euer Odin.